hallo und ganz ganz herzlich willkommen zur gechannelten monatsbotschaft in diesem monat geht es noch einmal um die tiefere heilung der gefühle die verletzt werden können wenn wir unsere wahrheit nicht leben wenn wir immer wieder kompromisse schließen in unserem leben zum beispiel dinge tun die uns eigentlich nicht gefallen wir uns aber vielleicht verpflichtet fühlen gesellschaftlich verpflichtet fühlen den worten anderer menschen glauben wir müssten dies das oder jenes tun obwohl wir uns gar nicht wohl damit fühlen obwohl es vielleicht anstrengend ist und wir gerne etwas anderes leben möchten das kann unsere gefühle sehr tief verletzen ja und dann fühlen wir uns einfach nicht gut und schlechte gefühle bedeuten niedrige energien und das tut auch unserem körper nicht gut unser körper möchte viel lieber in einem freudigen ausdruck leben freudig und frei und ich möchte dich jetzt einladen sehr gerne deine augen zu schließen und den worten aus der geistigen welt zu lauschen ist dir ganz bequem zu machen und die energien aus dem channeling für dich wirken zu lassen lasse deine aufmerksamkeit ganz nach innen sinken und richte deine aufmerksamkeit sanft in deinen bauch beckenbereich spüre wie deine unterlage dich sicher hält und trägt und erlaube dass sich ein gefühl der geborgenheit in dir entfaltet maria magdalena verschiedene erzengel und jesus betreten nun den raum sie bilden einen großen kreis um dich herum und begrüßen dich sie verneigen sich vor dir segnen dich und ehren dich für deinen mut dein leben auf der erde anzunehmen dich deinen herausforderungen zu stellen dich dem fluss deines lebens hinzugeben und all die erfahrungen zu machen die du bisher gemacht hast geliebtes sein dass du bist wir grüßen dich und senden dir wellen der liebe und ehre aus der geistigen welt erkenne dich selbst in diesem moment für alle erfahrungen an die du bereits in deinem leben gemacht hast ohne eine bewertung von gut oder schlecht alles waren erfahrungen sie haben dich wachsen lassen sie dienten dir um zu erkennen wie du leben möchtest und was deine innerste wahrheit ist freudige wie auch schwierige erfahrungen bringen deine innersten talente und stärken hervor und wir wissen sehr genau dass dies nicht immer leicht ist in einem irdischen leben in der physischen realität schenke dir nun selbst die anerkennung dafür und bade in diesem wundervollen gefühl ja ich erkenne mich an für alles was ich bereits erlebt und erfahren habe ich ehre mich dafür dass ich so mutig war und bin diesen weg zu gehen ich erkenne mich für alle freudigen wie auch für alle herausfordernden erfahrungen an spüre die wohltuende anerkennung schenke sie dir selbst sie erfüllt dich stärkt dich und nährt dich bade in diesem wundervollen gefühl oftmals fragt ihr euch was mit den menschen geschieht die anscheinend einen weniger bewussten weg beschreiten manchmal entstehen missverständnisse dass manche menschen den aktuellen entwicklungsweg nicht mitgehen könnten ihr macht euch sorgen was mit ihnen geschehen könnte diese missverständnisse entstehen weil ihr euch in einer linearen vorstellung von zeit und raum bewegt menschen die wenig bewusst zu sein scheinen können diese erfahrung jedoch auch bewusst gewählt haben mitunter stellen sie anderen menschen dadurch energiefelder zur verfügung damit diese wiederum bestimmte erfahrungen machen oder karmische konstrukte abschließen und loslassen können manche von ihnen durchlaufen nach einer gemachten erfahrung blitzschnelle veränderungen und werden sich ihrer wirkung auf sich selbst und andere bewusster veränderung kann jederzeit geschehen wir laden dich ein deine bewertungen loszulassen wie bewusst oder anscheinend unbewusst ein mensch durch sein leben geht wir möchten dich daran erinnern dass alles auf einer höheren ebene gewählte erfahrungen sind die ganz bestimmten zwecken dienen mit welchen dingen bist du noch in einer bewertung und wie bewertest du dich selbst lege deine bewertungen durch deine absicht in ein violettes transformierendes feuer das nun neben dir erscheint wir laden dich ein deine wahl zu treffen deine bewertungen loszulassen sie allesamt freizugeben weil dies dein leben um einiges erleichtern wird blicke ohne bewertungen auf den jetzigen moment denn er ist deine realität hole deine gedanken aus der vergangenheit und zukunft in den jetzigen moment hinein denn nur hier kannst du wirklich leben und erleben gib alle bewertungen frei der moment ist der moment alles was dich umgibt und was du erlebst ist ein ergebnis seiner bewussten wie auch unbewussten wahlen schaue auf dein leben auf alles was dich unmittelbar umgibt verändere was dir noch nicht gefällt du bist nicht hilflos einem schicksal ausgeliefert auch wenn es manchmal den anschein hat du kannst jederzeit etwas aus deiner eigenen kraft verändern folge deinen herzens impulsen und du wirst am richtigen platz sein wir möchten dich nun in eine heil meditation einladen die energie dieses monats unterstützt die heilung deiner gefühle und auch die deines körpers oftmals haben wir unser wahres wesen unsere freude nicht gelebt und dies hat wunden in unseren gefühlen hinterlassen lausche und spüre in dich hinein kann es sein dass deine aktuellen negativen gefühle daher stammen weil du noch nicht in allen lebensbereichen in deiner freude lebst frage dich nun und lasse die antwort in dir aufsteigen welcher bereich in deinem leben erfüllt deine gedanken und gefühle noch mit schwere lasse die antwort intuitiv in dir auftauchen wo lebst du noch nicht deine wahrheit deine wahrheit erfüllt dich stets mit begeisterung mit glück und freude nimm wahr was sich dir zeigt du kannst jetzt deine wahl treffen diesen bereich deines lebens zu verändern es kann sein dass es nur kleinigkeiten sind die dort verändert werden möchten damit es dir gut geht manchmal stehen größere schritte und größere entscheidungen an erlaube nicht dass negative gefühle dich und deinen körper beeinflussen gehst du ganz in negativen gefühlen auf so sinkt deine energie hier liegt nicht deine heilung versetze dich in ein angenehmes gefühl ganz gleich wie schwierig und herausfordernd deine aktuelle situation auch erscheint werde dir gewahr dass du wählen kannst wie du dich fühlst löse deine gefühle nun von den äußeren umständen und erscheinungen du kannst jederzeit wählen wie du dich fühlen möchtest versetze dich in ein angenehmes gefühl aus deiner erinnerung und du kannst beginnen in dieser erhöhten energie lösungen zu finden und lösungen können dich finden gehe nun in das erste angenehme gefühl dass der intuitiv einfällt welches gefühl möchte jetzt in dir entstehen lasse es in dir aufsteigen stelle dir vor du füllst einen großen pool mit diesem wohligen gefühl und badest darin lasse es durch deinen körper schwingen fühle es erlaube dass es sich in dir ausbreitet es durchfließt deinen körper wie ein heilender balsam die engel und erzengel aus dem heiligen kreis der engel und meister der dich umgibt treten nun hervor und kommen zu dir sie begrüßen und segnen dich erneut sie stellen nun eine stärkere verbindung zu deinem göttlichen selbst für dich her begrüße sie beobachte ihr wirken für dich und lasse geschehen auch dein göttliches selbst unterstützt nun dein gutes gefühl bitte es dir heilenergien zu senden sie schwingen in deinem angenehmen gefühl und erfüllen dich lasse dich durchströmen bade darin dein göttliches selbst wendet sich dir voller liebe zu gütige liebende augen blicken dich an dein göttliches selbst schließt dich in seine arme es legt dir seine heilenden hände auf es beruhigt deine innere gefühlswelt und heilt dein göttliches selbst wendet sich dir liebevoll zu seine heilenden hände umhüllen dich sanft sie tragen dich und lassen alles zu dir fließen was du jetzt brauchst genieße diese innere stille empfange die liebevolle zuwendung wenn du magst stelle deinem göttlichen selbst eine frage oder bitte es um eine botschaft und lasse die antworten zu dir fließen nimm dir dafür jetzt eine minute zeit ja ich ja Wir danken den Engeln, den aufgestiegenen Meistern und alle, die uns begleitet haben. Die Unterstützung aus der geistigen Welt ist jederzeit für dich da und in Wahrheit bist du dir selbst die größte Unterstützung, denn dein göttliches Selbst wendet sich dir zu, inspiriert dich und führt dich durch dein Leben. Vertraue deiner göttlichen Führung. In tiefer Liebe und Verbundenheit, Maria Magdalena Jeshua, die Engel und Erzengel und die geistige Welt. Möchtest du gerne selbst channeln lernen oder dich für geistiges Heilen öffnen? Oder möchtest du gerne mit Hilfe bewusster Realitätsgestaltung deine Lebensbereiche wie Partnerschaft, Beruf, Familie, Finanzen und vieles mehr von unglücklich oder mittelmäßig auf glücklich und erfüllt drehen? Dein Leben endlich mal so richtig genießen und lernen, wie du ganz gezielt kreieren kannst? Dann besuche mich sehr gerne auf meiner Webseite tanjamatöfer.de und sieh dir meine Kurse und Angebote dazu an. Alle Links findest du unter dem Video. Abonniere meinen Kanal und ich danke dir von Herzen, dass du hier bist und freue mich auf dich. Vielen Dank.